Kürbis gehört zu jenen Lebensmitteln, die in keiner ausgeglichenen, gesunden Ernährung fehlen dürfen. Es gibt viele Arten von Kürbissen. Aber unabhängig davon, welche du wählst, das Orangefruchtfleisch steckt voller gesunder Nährstoffe und kann viele gute Sachen für deine Gesundheit tun. Außerdem hilft Kürbis dir beim Abnehmen. Die Idee, Kürbis und Ingwer mit dein Ader zu kombinieren und daraus eine leckere Kürbissuppe zu machen, lässt dir vielleicht jetzt schon das Wasser im Munde zusammenlaufen. Und es handelt sich bei dieser Kürbissuppe um ein Gericht, mit dem du deinen Körper entschlacken, die Darmpassage beschleunigen und nach und nach Gewicht verlieren kannst. Die hier beschriebene Kürbissuppe mit Ingwer ist allerdings kein Allheilmittel, wenn es ums Abnehmen geht. Sie regt den Stoffwechsel an und erleichtert so das Abnehmen, soll aber mit einer gesunden Diät und ausreichend körperlicher Bewegung kombiniert werden. Um gute Ergebnisse zu erzielen. Hast du Lust auf Kürbissuppe? Kürbis wird vor allem zur Zubereitung von Desserts verwendet. Er lässt sich prima mit Schokolade kombinieren und bietet uns viele Einsatzmöglichkeiten. Wenn wir regelmäßig Kürbis essen und ihn mit einer gesunden, ausgeglichenen Ernährung kombinieren, die weitere Lebensmittel umfasst, die das Abnehmen unterstützen, dann haben wir alle Zutaten für ein Erfolgsrezept. Ingwer ist eines dieser Lebensmittel, das die Wirkungen des Kürbis potenziert. Sehen wir nun, was der Kürbis an sich für deine Gesundheit tun kann. 7.120.678 Besser Unterstrich Sizes Unterstrich Desktop Unterstrich Generic Unterstrich Box Unterstrich Mittel Unterstrich Down Binde Strich Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 Besser Unterstrich Sizes Unterstrich Desktop Unterstrich Generic Unterstrich Box Unterstrich Mittel Unterstrich Down 300 250 336 280 DIVGPTAD 1503391790647-0 Settergeting Red Volz Settergeting Section 5 Settergeting URL Körbissuppe mit Ingwer zum Abnehmen Settergeting Topic Default Settergeting Mafial Type GetMRFP Setclips Empty Def True True AdService Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 1503391790647-0 Wir haben in unserem Blog schon des Öfteren von Ingwer gesprochen. Ein interessantes, vielseitig einsetzbares Lebensmittel. Das eine lange Geschichte in der alternativen Medizin mit sich bringt. Ingwer wirkt als leichtes Schmerzmittel. Enthält Wirkstoffe, die mit Ibuprofen vergleichbar sind. Er vermag, Entzündungen zu hemmen und den Schmerz zu stillen. Wie aber gestaltet sich der Zusammenhang zwischen Ingwer und dem Abnehmen Ingwer hilft, den Blutzuckerspiegel zu senken. Mithilfe von Ingwer lässt sich die Einlagerung von Flüssigkeit ins Gewebe vermindern. Der Konsum von Ingwer erhöht den Serotonin-Spiegel im Gehirn. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der unter anderem dafür sorgt, dass wir uns satt fühlen. Ein erhöhter Serotonin-Spiegel trägt also dazu bei, dass wir bis zur nächsten Mahlzeit durchhalten und zwischendurch keine zusätzlichen Kalorien zu uns nehmen. Ingwer fördert die Magensaftsekretion und generell eine gesunde Verdauung. Wer regelmäßig Ingwer isst, ist besser in der Lage, Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen. Ingwer wirkt entzündungshemmend. Ingwer unterstützt die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten und Giftstoffen, die von der Leber nicht weiter abgebaut werden können. Auch folgende Tatsache sollten wir nicht vergessen. Ingwer enthält Gingarol und Schaukaul. Zwei Wirkstoffe, die den Stoffwechsel anregen und ihn in die Lage versetzen, Fett und Energie schneller zu verbrennen. Mithilfe von Ingwer können wir auch entschlacken. Was das Abnehmen erleichtert, Entgiftungskühl mit Zitrone, Ingwer und Gurke. Wie wird die Körbissuppe mit Ingwer zubereitet? Wir haben in unserem Blog schon des Öfteren von Ingwer gesprochen. Ein interessantes, vielseitig einsetzbares Lebensmittel, das eine lange Geschichte in der alternativen Medizin mit sich bringt. Ingwer wirkt als leichtes Schmerzmittel. Enthält Wirkstoffe, die mit Ibuprofen vergleichbar sind. Er vermag, Entzündungen zu hemmen und den Schmerz zu stillen. Wie aber gestaltet sich der Zusammenhang zwischen Ingwer und dem Abnehmen? Mithilfe von Ingwer können wir auch entschlacken. Was das Abnehmen erleichtert, Entgiftungskühl mit Zitrone, Ingwer und Gurke. Wenn du nun Appetit bekommen hast, findest du hier noch weitere tolle Ideen. 5 leckere Rezepte mit Körbis. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.